Oh, mächtiger Polizeichef Ricky Barnes, ich lobreise ihr Gemälde, ich lobreise sie und küsse ihre schlauchigen Lippen. Was ist denn da draußen? Alter, was ist hier schon wieder los? Hey, Phil, na, warst du im Labor? Spermaprobe abgegeben? Ja, und sie haben gesagt, es ist ein hoher Mais- und Darmstadium-Anteil irgendwie drin. Du weißt, Darmstadium ist ein Zeichen für Klötenkrebs, ne? Ja, ich muss raus aus diesem Rainbow Club. Ich bin ja zu regelmäßig. Geheiligt wird unser Chef Ricky Barnes. Ricky Barnes, großer Meister. Er zwingt mich dazu. Hat er dich auch dazu verdonnert? Ja, jeden Tag soll ich dreimal lobreisen und dreimal sein Gemälde küssen. Je lobreisung. Ist das überhaupt legal? Ich meine, kann das ein Chef machen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Kann er seine Angestellten so diskriminieren und fertig machen am Arbeitsplatz? Also ich glaube, der wird dich die Gewerkschaft alarmieren. Wir haben zwei komplette Pistolenmagazine in die Decke irgendwie geschossen. Ja, und? Aber wir haben auch viel Gutes getan. Unten im Downtown, der Nuttenring zerschlagen. Alter, guck mal, wir haben jetzt den neuen Sergeant. Das ist ja Sergeant Mobil. Ja, wir sind begonnen und haben jetzt hier Protect and Surf. Alter, Surf and Protect, Leute. Legt euch nicht mit uns an, Alter. Ich bin jetzt Sergeant. Ich bin Sergeant. Runter von der Straße. Runter von der Straße. Hier kommen die Sergeant Patrol, Alter. Mach mal hier so einen Streetknaller. Zieh mal einen Streetknaller ab, Phil. Einfach mal einen Straßenknaller? Straßenknaller? Klar, natürlich. Und? Fühlt sich geil? Ist richtig geil. Es gibt wieder eine Meldung, ne? Das sehe ich jetzt schon. Wie soll ich das erklären, dass die Munition aus der Waffe fehlt? Soll ich sagen, ich hatte einen Hosenknaller? Ja, einen Hosenknaller. Das kann den Besten passieren. Mein Onkel ist damals 1962 beinahe durch den Hosenknaller gestorben. Warum schieben wir eigentlich immer noch diesen Strafzetteldienst? Was haben wir eigentlich falsch gemacht? Du machst Streetknallers. Und Tischknaller. Wir sollten aufhören zu knallen. Du hast gesagt, das ist cool. Ja, nur weil ich es gesagt habe, du bist ein erwachsener Mann. Du bist ein erwachsener Mann. Nein, ich verrichte dich. Hier geht es ja schon los bald, oder? Ich meine, was müssen wir machen? Strafzetteldienst. Warum müssen wir eigentlich immer diese lächerliche Politeßenarbeit abziehen? Nein, ich verrichte dich. Jetzt muss er mit auf die Straße drehen. Das Ding führt mich durch die Gegend und... Das ist doch ein Rassist, nur weil ich weiß bin. Das Ding ist ein Rassist. Ich habe auch... Ich habe 8% Cherokee in mir. 8%? Ja. Mein Onkel war verheiratet mit dem Opa eines Cherokee-Indianers. Ich habe 8% Cherokee. Jetzt war hier ein bisschen frische Luft auf der Autobahn. Phil, komm wieder rein. Was bist du, ein Hund, Phil? Deine Ex-Frau hat dir echt deine Eier weggenommen. Du hast dich gut abgerichtet, deine Ex. Hälter, ich kann aus dem Auto schießen. Phil, ich glaube, heute ist wenig los. Unten am Bubble Beach Bay. Ja, warte ab, da kommt schon noch der ein oder andere Notruf, der für die Sergeant Commander Crew. Sergeant Commander, ich bin Sergeant Officer Tutamax. Ja, Sergeant Commander Police Maximum Officer Phil Taser ist mein voller Titel. Mein Name ist Pepper Jones. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Führer der Pepper Patrol. Wer hat doch keine Angst vor, ey. Klar, natürlich, wir hören Pepper Patrol und scheißen sich ein. Weißt du, wie viele Menschen ich schon mit meinem Pepper zum Einscheißen gebracht habe? Ja, aber die haben nicht noch was Schlimmes getan. Hey, der steht doch falsch. Der ist zwar nicht in unserem Bezirk, aber den gebe ich jetzt ein, wie ich diese Typen hasse. Nein, wie ich diese Typen hasse. Mit ihren Sportwagen. Okay, ich passe von hier aus auf, dass nichts passiert. Denken, sie wären cool. Da rufe ich direkt Jimmy an und sage, abschleppen, den Hundesohn. Jimmy, hörst du mich? Wir haben hier einen Mazelcar. Denkt, ihr wäre ein geiler Typ? Mazeltoff? Mazelcar-Mazeltoff-Driver. Jimmy kommt, der wird mitgenommen, der wird eingetütet. Wer Pepper Jones dämlich auf den Sack geht, der muss auch unter den Schwingen der Gerechtigkeit leiden. Ich bin sowas wie... Dieser dreckige Falschparker. Da beginnt es doch. Heute ist der Falschparker und morgen kommt er mit seinem Band Kinderein. Ja, das ist die Einstiegsdroge. Ja, das ist die Einstiegsdroge. So fallen die Leute an. Moment, wir haben was. Was Großes, was Dickes. Notfall. Seagull. Im Seagull. Einen Irrer. Einen Irrer. Alter, da müssen wir hin. Pepper Patrol ist unterwegs, Alter. Einen irischer Irrer. Unten am Seagull. Steven Seagull Park. Ist der nicht auf der Rainbow Club? Der ist doch auch unten am Seagull. Ich glaube schon, Alter. Verdammt. Wir müssen uns darum kümmern, ey. Wir müssen auch ein Verkehrssünder. Ich sehe überall Verbrechen. Ich sehe überall Verbrechen. Wir müssen in den Seagull Park. Steven Seagull macht dort Macho-Arts-Moves. Das ist doch ein Martial-Arts-Typ. Hast du den Typen gerade zum Anhalten gezwungen? Weil der rechts ran befahren ist. Der kennt dich wahrscheinlich aus dem Rainbow Club. Wow, wir heben ab. Wow, Alter. Meine Waffe ist bereit, Alter. Keiner hat eine Chance. Troll. Erfahren. Drive und töten. Troll. Hahahaha. Guck mal, die haben alle Schiss vor uns. Ich meine, du hängst mit deiner Knarre halb aus dem Fenster. Und ich hab alles. Die haben alle Schiss vor uns. Die sehen halt, dass Sergeant Pepper Police ist unterwegs. Wir sorgen für Ordnung in Prostata Bay. In Prostata Bay. Die Leute fragen sich, wie konnten sie aufsteigen? Das ist einfach unser Mut und unsere Strategien. Scheiße, Mann. Wir sind verfickte Helden. Klar, manchmal sind wir unter dem Gesetz. Aber nur so kann man Gesetz und Gerechtigkeit in Einklang bringen. Gelegentlich sind wir unter dem Gesetz. Aber dann stehen wir wieder über dem Gesetz. Wir fliegen unter dem Radar. Will ich überheblich kriegen. Aber wir machen die Gesetze hier. Ich hab mal einen Typen kennengelernt. Der hatte einen Kumpel. Dessen bester Freund hat Gesetze entworfen. Ja. Ich kenn da jemanden. Mein Onkel ist an Gesetzen gestorben. Hahahaha. Alter, ein umsischießender Irrer. Den müssen wir aufhalten, Junge. Da, rechts. Okay. Ich bin ein bisschen nervös. Ich meine, das könnte unser erster Mord sein. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Fahr langsam ran. Oh, was verstecken sie denn da? So. Hast du an der Waffe gezogen? Okay. Ich geh langsam hin. Ich hab sie auf jeden Fall im Anschlag. Hat eine Knarre in der Hand. Entschuldigen Sie. Könnte auch ein Rückenkratzer sein. Wir wollen nicht vor... Ey, 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 ey. Er bleibt nicht stehen. Pepper ihn. Er hat ihn einfach erschossen. Er hat ihn einfach erschossen. Hahahaha. Holy shit. Ich hab ihn nur taktisch stillgelegt. Okay. Er hat ein Loch im Bauch. Sir, drücken Sie bitte den Finger drauf. Einmal Finger reinstecken, bitte. Ganz ruhig bleiben. Ich werde Sie beruhigen, Sir. Ich werde Sie jetzt beruhigen. Das war vollkommen legitim. Das war vollkommen legitim. Ich hab ihn ein bisschen gepäppert. Okay. Alles klar. Jetzt wird er nichts mehr machen. Heilige Scheiße. Ich meine, wir hätten ihn doch erstmal tasern können. Niemals. Dann wird man am Ende auf jeden Fall wieder ein Formular ausfüllen dürfen. Ja, selber schuld. Serve and protect. Serve and protect. Das war niemals. Niemals nach Dienstvorschrift. Wo hab ich denn hier eigentlich mein... Ich hatte doch irgendwo so ein... Moment, du meinst... Warte, warte. Hier drüben hast du doch irgendwo... Warte. Meine Nippel sind leicht geschwollen. Ist das normal? Und meine Hintern fühlen sich fetter. Ich glaube, ich hab Wasserablagerung. Was? Du hast ihn zum Kröppel gemacht. Du hast ihn wie so... Ohne Scheiß. Der wird sein Leben lang durch den Beutel scheißen dürfen. Tja, selber schuld. Wenn er um sich schießender Irrer ist, dann kann ich ja nichts für. Er hat sich das ausgesucht. Man schießt übrigens immer in den Oberkörper, nicht in die Beine, weil in den Beinen sind nämlich so viele Venen und... Du hast deinen Darm zerschossen. Du hast deinen verdammten Darm zerschossen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stirbt, wenn er in die Beine schießt, ist höher, als wenn er in seinen Oberkörper schießt. Was sind das für inkompetente Männer heute? Guck mal, die kloppen den halb in die Mauer rein. Jungs. Hey Sir, beruhigen Sie sich verdammt noch eins. Ordentlich gemauert mit dem Gesicht. Polizist des Jahres. Alter. Ich bin Polizist des Jahres. Krasser Scheiß. Der macht ja nichts anderes mehr. Der spielt ja nachts nur noch irgendwie Polizei. Ich kriege ja keine normalen WhatsApp-Nachrichten mehr. Junge, ich bin auf demselben Rang wie du. Also bitte. Ich kriege nur noch Nachrichten nach so 422. Spielen nennst du das? Das ist mein Leben. Das ist eine Einstellung. Okay, ich glaube, das Spiel ist wieder abgestürzt. Fährst du gerade? Nein, 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 ich fahr gerade nicht. Ich muss erst mal hier den Punkt wieder auswählen. Du weißt ja, das verschwindet ja dann. Weißt du, du spielst. Aber ich, ich lebe diese Sache hier. Weißt du, wie viele Schmerzen ich gestern unten am Mila Vista Drive Dinge genommen habe? Ja, ich weiß, das stand heute Morgen in der Zeitung. Die ganze Bruderschaft habe ich Ding genommen. Wegen mir. Ich habe so eine App, da kriegt man immer so Polizeinachrichten. Und da stand irgendwie, dass so ein Bekloppt da mit seinem Sportwagen durch die Stadt fährt und irgendwie Leute festnehmen will. Weißt du, wegen Männer wie mir dürfen Männer wie du nachts in Ruhe scheißen, ohne dass sie abgeknallt werden. Männer wie wir. Wo war das nochmal? Spongebob. Spongebob? Ja, ja. Männer wie wir. Die da 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 da. Männer wie wir. Ja, ja. Männer wie wir. Das sind ja wie diese Monster da irgendwie mit ihren Schnurrbärken aus Seetank. Ja. Pöpö, Pöpö, Wills. Oh yeah. Die frische Luft wehte mir durchs Gesicht. Die letzten drei Haare, die ich hatte, flogen davon. Aber es war mir egal, denn ich hatte eine Knarre und durfte aus dem Auto gucken. Der Mann lebt den Traum. Kann ich mit seinem Auto schießen? Kann ich mit seinem eigenen Reifen zuschießen? Wenn du das machst, dann wirst du sofort blitzgeradiert. Ein Reifenknaller? Reifenknaller? Ja, bei Kollegen, aber nicht beim eigenen Auto. Das ist mega uncool. Er will einen Reifenknaller machen. Ich glaub's dir nicht. Also ein Versuch wäre es wert gewesen, ne? Ein schöner, kleiner, sanfter Reifenknaller. Ich höre schon wieder was von einer Geisentnahme. Ich will da endlich mal mitmischen. Weißt du, wir kriegen keine geilen Aufträge. Weil du einfach nicht seriös bist. Mir wurde mein Geil entnommen. Hab sie meinen Geil gesehen? Siehst du, das meine ich. Der Chief lacht doch über dich. Nein, der Chief lacht mit mir. Das hat er mir so gesagt. Er hat gesagt, ich bin ein ganz besonderer Polizist. Deswegen bekomme ich nur die besonderen Einsätze. Und besondere Kollegen zugegeben. Und hat dir die Holzpistole wiedergegeben. Die gebeizte. Die steht doch schon wieder jemand falsch. Aber doch nicht, ich fahr doch in den Bezirk erstmal. Dann kriege ich Pluck, wenn ich sowas sehe. Mein Opa ist am Falschparken gestorben, ja? Ja, weil er im Auto sitzen geblieben ist. Weil er nicht wusste, wie die Tür aufgeht. Ja und, der ist trotzdem falsch am Ende gestorben, geparkt. Das sieht doch aus, ein Falschparker. Komm. Fass. Der feine Junge. Da, Alter, der wird jetzt erstmal ordentlich hier. Ich glaube, da steht noch einer. Ich sehe noch einen Reifenknaller. Ja, kümmere dich. Keine Reifenknaller. Die Kollegen müssen uns endlich ernst nehmen. Ich will endlich Quality Jobs. Ich glaube, ich habe keine Druckerschwärze mehr hier im Gerät. Dann spuck einfach einmal rein. So viel Kautabak, wie du jeden Tag vernichtest. Spuck da mal rein, das presst dich durch. So, Dispatch ist gesetzt. Tag. Guck mal da hinten, ich habe noch einen. Hast du auch schon einen gefunden? Ich habe auch einen, ja. Ja, ein Autounfall. In der Snowshoe Street. In der Snowshoe Street? Aber wir könnten den Einsatz hier abschließen jetzt. Ja, machen wir jetzt auch. Und dann fahren wir runter zur Snowshoe. Okay, ja gut, wir haben noch vier Stunden Zeit. Alter, so lange geht unsere Schicht ja nicht mal mehr, glaube ich. Ja, die werden da langsam vor sich hin verbluten. So, dann kriegt der auch nochmal einen Dispatch hier. Die können auch mal ein bisschen warten. Die Verletzten am Unfallort. Ja, echt mal. In der Hitze. Okay, du hast jetzt einen weiteren, ja? Ich habe noch einen gefunden hier. Der wird jetzt dann auch gleich abgeholt. Da hinten, ich sehe noch einen. Ja gut, dann mach den Ding fest. Und dann ab zum Autounfall. So, guck mal, der wird schon abgeholt. Der wird abgeholt hier. Hast du nicht auch noch einen gefunden? Nope. Warte, den nageln wir noch drauf hier. Ist das der letzte? Was meinst du? Ich weiß nicht. Da ist jetzt wieder noch der Ticket. Ja, einer fehlt noch. Ja, einer fehlt noch. Ich schau mal hier drüben. Wie viele Abschleppwagen hat denn die Stadt eigentlich? Alter! Die besteht eigentlich nur aus Abschleppwagen. Das ist eine Schlepperindustrie, die hier ganz groß ist. Glaub mir. Ich höre irgendwo so Hundebellen in irgendeinem Haus. Die sind ganz schön aggressiv hier. Wahrscheinlich irgendwo so eine Kocherstube, wo Mav hergestellt wird. Das wird es sein. Glaub mir. Hier, die Stadt, lebt eigentlich davon, Autos abzuschleppen. Hast du noch irgendwas gefunden? Nein, aber ich will das Ding jetzt hier durchbeißen, damit wir direkt in die Nachtschicht übergehen können. Weißt du, heute ist es so warm. Nachtschicht, schön runterkühlen. Bisschen mit den Nutten unten am Michael J. Fox Drum. We need to move quickly. Guck mal auf die Dienstakte, ob wir irgendwas rausfinden, wo da was stehen könnte. Ähm, ja, ne, das ist nur so eine große Kreuzung. Zwei große Kreuzungen. Kumpel, wo bist denn du? Gehen wir zum Autounfall. Sacken wir die Schweine ein. Ja, ich bin schon so ein bisschen auf dem Weg. Muss mich einsammeln hier. Irgendwie immer ein Auto, ne? Immer einer dieser verdammten Verkehrssünder. Ja? Kommt mit der Scheiße durch. Vorsicht, Vorsicht. Geh los. Komm schon, spring rein. Ich bin drin. Ich hab gehört, einer hat sich nämlich den Darm bis zur Stirn aufgerissen. Oh nein. Ja, hast du eine ganz schöne Sauerei. Alles voller Blut und Scheiße. Ich schau mich noch ein bisschen um, aber ich seh nichts mehr. Oh, hier geht's schon wieder raus. Ja, hier geht's schon wieder raus, Mann. Okay, machen wir Action. Pepper Patrol. Brauch echt ein bisschen frische Luft, ey. Jeder bekommt hier Panik und fährt rechts ran. Wir haben den Respekt der Straße. Ja, natürlich. Die wissen, was abgeht. Die haben von unserem Tisch, dem Büro und Fuß- und Reifenknallern und überhaupt allen Knallern gehört. Sie haben gehört, diese beiden Bullen sind verdammt schießwütig. Ja, ja. Die schießen erst. Und dann stellen sie Fragen. Und wenn sie die Fragen gestellt haben, gibst du mal ein bisschen Pepper in die Fresse. Ich hab heute schon jemanden niedergeschossen. Ja, ja. Das war nicht sein Erster. Ich weiß halt, wie es geht. In meiner Stadt läuft das nicht. Wenn er wegrennt und ich stehen bleib, bam. Verstehst du? Bam. Warte ab, bis ich eine Schrotflinte bekomme. Ja, du weißt schon, dass wir dann jede Menge Papierkram bekommen. Ach ja, weißt du, den muss ja jeder für sich selber machen. Der Bürgermeister sitzt mir damit schon seit Wochen wieder im Nacken. Ja, aber willst du den Spaß, jemandem Verbrecher niederzuschießen, was sie davon abhängig machen, ob du danach Papier ausfüllen musst? Ich bin Bulle geworden, um Menschen niederzuschießen. Das war meine einzige Motivation. Weil ich es wissen wollte, wie es ist, legal jemanden zu erschießen. Dann lebt das auch aus. Ich lebe meinen Traum. Sei der Pfau, der du immer sein wolltest. Ich spanne meine Flügel. Guck mal, hier sind Kollegen. Moin. Ja, wir sind die Psychos. Ja, ja, wir sind die Psycho-Cops. Psycho-Cops. Legt euch nicht mit uns an. Hier, während der Fahrt so ein kleiner Hydrantenknaller vielleicht. Wow. Oh Gott, was macht er denn da? Ich habe so einen Stoßschrankenknaller versucht. Ma'am, Hände hoch. Okay, sehr gut. Ich wollte nur sehen, ob ihre Glocken noch stramm sind. Ich bin nicht nur Polizist, sondern auch Frauenarzt. Ich habe jahrelang für Dr. Mann gearbeitet. Ich habe eine ganze Zeit lang für Dr. Mann-Gina gearbeitet. Park mal hier irgendwo vernünftig ab. Oh, schwarzer. Pfefferspray bereits. Ey, sie. Schafar. Frag du mal Prinz da vorne. Okay, Prinz, was ist hier gelaufen? Ich will direkt, dass sie blasen. Ich will gar nicht mit ihnen unterhalten. Ich will gar keine Ausweisendokumente. Ich will, dass sie auf die Knie gehen und blasen, verdammt. Entschuldigung, wenn ich dieses 70er-Jahre-Gesox sehe, aus dem Rainbow Club drehe ich durch. Ich bin da einfach zu sensibel für. Ey, das ist ein guter etablierter Club. Ja, das ist ein angesehenes Etablissement. Dein Gesicht sieht verdächtig aus. Deine Fresse gefällt mir null, aber du bist unschuldig. Trotzdem werde ich dich noch fälzen. Ich habe das Gefühl, die riecht hier so ein bisschen. Lass dir mal ins Gesicht hauchen. Alice Burton. Alter, die hat ein riesiges Bündel Geld dabei. Echt? Okay, können sie mir sagen, was hier gelaufen ist? Okay, sie sagt, sie hatte ein bisschen Wein, aber es ist angeblich schon lange her. Ich checke ihre Daten. Die kommt mir bekannt vor. Ich glaube, sie ist vorbestimmt. Alter, 008 ist erlaubt und sie hat 016. Ding festmachen. Die nehme ich direkt fest, die Alde. Greif hier aber noch in die Bajaja. Da verstecken die auch was. Da schmuggeln die. Kann ich ja nichts dafür. Was ist das, was heißt sie denn da schmuggeln? Weinflaschen? Ja? Siehst du, wie nervös sie wird? Es fehlt noch ein Hinweis. Ah, zack. Okay, wir haben sie alle. Ich kümmere mich ums Auto, oder? Okay, die wird jetzt abgeholt hier. Besoffene Schnapsdrossel, das hast du jetzt da vorne. Ab in den Knast. Was sagen Sie dazu, Sir? Haben Sie irgendwas gesehen? Die Stadt ist verloren. Der ist nur so ein alter Mann, der sich beschweren will, ne? Die Stadt ist verloren. Er hat recht. Was machen wir hier mit der Karre? Kannst du dich darum kümmern? Nee, noch nicht. Du musst erst warten. Bei mir steht noch Hinweise gefunden. Sechs von sechs. Ja, bei mir auch. Und wir warten, bis diese Verbrecherin hier abgeführt wird. Ja. Okay, wir brauchen noch einen Beweis. Wir brauchen einen Beweis. Hier, Reifenspur. Definitiv. Oder? Ich mach mal ein Foto. Hast du auch dein Betty Barclay-Set dabei? Alles klar, ich hab mein Betty Barclay-Reifenabdruckset dabei. Dann sorg mal dafür, dass das Ding weggeschleppt wird. Alles klar, Alter. Wieder ein Verbrechen aufgeklärt. Heute sind wir wild, ey. Heute sind wir verdammt wild. Zack. Okay, der wird jetzt abgeholt. Dann könnten wir schon mal zurückfahren und Beweise wegbringen, oder? Müssen wir überhaupt Beweise wegbringen? Ja. Du musst das Foto ins Labor bringen. Also rüber zu Nancy. Ja, Nancy macht das schon. Siehst du, der wird jetzt abgeschleppert hier. Steht der Mann doch nicht im Weg rum. Ich musste eben gerade den Punkt setzen, Muchacho. Heute haben wir echt einen erfolgreichen Tag, oder? Hast du eine Spermaprobe auch von der Frau? Ja, ja. Ich hab die Spermaprobe von der Frau mitgenommen. Sehr gut. Na ja, hat man doch gesehen, dass sie Dödel hat. Die hat dann Adams Apfel so groß wie meine Faust. Ja, ja, eben, Alter. Und die hätte auf jeden Fall jeden Basketball in einer Hand halten, ey. Also das war auf jeden Fall, wir wollen jetzt hier nicht diskriminierend sein. Wir sehen jede Menge Zeug den Tag über weg. Nachts kommen die Freaks raus. Eine Frau mit Dödel ist bei uns hier in der Gegend nix besonderes. Wir sind Prostata Bay. Ja, eben. Nirgendwo im ganzen Land werden mehr Menschen umoperiert als bei uns in der Region. Unsere beiden bekanntesten Einkommen sind Autos abschleppen und Prostatas untersuchen. Prostata-tizio. Überall haben wir Prostitution, aber hier haben wir Prostata-tizio. Ich hab mich um den Job nicht geprügelt damals. Meine kleine Frau, sie wurde schwanger. Ich musste irgendeinen Job annehmen, also hab ich Streifendienst gemacht. Mein Daddy war nämlich auch Bulle. Wurde aber damals erschossen, als ich neun war. Gott, hab ihn selig. Ja. Ich hab hier eine Sperma-Probe. Schimeli. Der Taxifahrer war sauber, der hat viermal abgeschüttelt. Da kam nur heiße Luft raus. Mein Kollege Phil Taser hat ihn ganz schön abgemolken, aber da kam nix mehr. Okay, ich weiß nicht, sollen wir den Falschparker noch suchen oder die Schicht hier beenden? Ich würde sagen, wir machen es mal hier zu Ende und gucken mal, ob wir noch ein bisschen in die Geisterschicht reinkommen. Was meinst du? Ja, vielleicht haben wir Glück und kommen rein. Machst du den Papierkram oder muss ich das wieder übernehmen? Na, hab ich schon erledigt. Unterwegs im Auto. Warte mal, was haben wir denn hier? Ich hab so ein paar Vordrucke. Ich hab ne App dafür. Du weißt, dass der Chief die App nicht zulässt. Ist dir schon bewusst, oder? Ist egal. Ich weiß es ja nicht. Polizist des Jahres steht hier. Dick und fett. Ich wollte es nur noch mal betont haben. Wer ist Polizist des Jahres? Ach, richtig. Pepper Jones. Was geht jetzt ab? Nachtschicht oder was? Klar, Mann. Wir müssen noch einmal durch die Nacht cruisen. New Coast ist ein bisschen was los. Drogendealer. Was haben wir denn heute? Drogendealer und... Taschendieb. Schweine. Parasiten. Übernehmen die Stadt und lassen sie ausbluten. Widerliches Pack. Richtig ekelhaft. Spuck ich auf den Fußboden. Oh, aber warte mal. Wenn die Schicht vorbei ist, muss ich den Barnes nochmal... Oh ja, stimmt. Wir müssen noch den Barnes heiligen. Ich hab ihn schon dreimal geknutscht. Warte, ich will auch noch mal am Barnes lecken. Warum ist denn ein Leerenstift auf dem Bild eigentlich? Guck mal hier, Barnes. Gefällt dir, was du siehst? Ja, Baby. Da draußen bin ich nur für dich. Ich bin deine Bitch. Aber deine Oberbitch. Hey, ich dachte, wir haben Nachtschicht. Na toll. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend, oder? Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Nebenauftrag. Wann kommt der rein, ist die Frage. Nein, zwei, drei Minuten. Vielleicht passiert nichts. Vielleicht haben wir alle Verbrecher schon erledigt in der Stadt. Ich will heute noch auf jeden Fall jemanden abknallen. Ich glaube, die Nachtschicht kriegen wir nur, wenn wir die... Zum Beispiel jetzt Einsatzstraßenräuber, wenn wir den jetzt komplett erledigen. Ich glaube, dann schaltet der auf Nachtschicht um. Oder wenn die Zeit komplett durchläuft. Das könnte auch sein. Weißt du, dass man direkt sagt, hey, ihr habt so lange getrödelt, ab in die Geisterschicht mit euch. Du weißt, dass die Schwarzen ganz schön Schiss haben vor Geistern. Natürlich haben sie das. Aber die haben nicht so Schiss vor der Hitze, wie ich gerade. Schwarze, harte Jungs, machst du am besten fertig, indem du dich als Geist verkleidest. Warum müssen wir eigentlich immer da runter? Warum errichten die da nicht eine Polizeistation? Wir könnten da so ein Außenrevier eröffnen eigentlich. Der Bürgermeister muss sparen. Ach, der Bürgermeister, ey. Dieses Jahr sind Neuwahlen. Der hat da eh nix zu sagen. Ja, der will durchrutschen. Und wir müssen die ganze Scheiße wegschaufeln, wir. Dann kommt er doch mit mehr Sicherheit eigentlich weiter, oder? Die Leute wollen doch sicher sein. Die Leute wollen sicher sein, aber die Leute wollen auch Geld sparen. Und mehr Polizei bedeutet höhere Steuern. Oh, Mann. Kumpel, was suchen wir hier? Ich weiß nicht genau. Da, 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 halt mal an hier. Die sieht doch super verdächtig aus, oder? Ja, klar, die trägt im Hochsommer eine fette Jacke. Das ist doch so eine Schmuggler-Taschendiebjacke. Pepper Spray? Ich hab meine Knarre im Anschlag. Du kannst die Frau nicht abknallen. Du kannst nicht jeden abknallen. Natürlich kann ich die abknallen. Ganz ruhig. Sehen Sie da drüben meinen Kollegen? Der ist ein Psychopath. Er hat heute einen komplett über den Haufen geschossen. Der Mann wird nie wieder normal scheißen gehen. Du musst sie verhören. Okay, ich hab sie. Felzen, oder? Auf jeden Felzen. Mal tief in die Tasche rein. Ma'am? Ganz langsam. Jetzt kommt sie hier mit Belästigung, ey. Wow! Gestohlene Halskette. Pistole. Gestohlene Ringe. Gestohlene Rolex. Alex. Alter. Klipptomanin. Sie sagt, sie hat eine Behinderung. Jill Burns. Ganz langsam. Ma'am? Ganz langsam. Wissen Sie, wie wir sie erkannt haben? An dem dämlichen Parker. Wer im Hochsau mit so einer fetten Jacke rumsteht, hat auf jeden Fall was zu verbergen. Der klaut. Ganz klar. Okay. Die Kollegen kommen. Ich muss hier noch ganz kurz die Stellung halten. Naja, pass auf, dass die da nichts weglaufen. Ich geh mal hier runter. Das klingt jetzt ein bisschen abartig, aber ich steck in der Frau. Es kommt vor. Es passiert. Ma'am? Lassen Sie bitte meine Dienstkleidung los. Ma'am? Ma'am? Fummelt die, oder was? Hey, hey, hey. Junge. Ganz ruhig, Junge. Kollegen. Warte, 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 warte. Was ist da in der Tasche drin? Langsam. Ja, entspann dich. Nochmal Glück gehabt. Hast du schon jemanden gefunden? Nein. Warum haben wir 0%? Am Diamond Boulevard. Müssten wir jetzt nicht Prozente kriegen, wenn die festgenagelt ist? Wir kriegen jetzt gleich Prozente. Boom. Ah, okay. Die Lady ist aus dem Verkehr gezogen. Und Brostata Bay wurde wieder zu einem besseren Ort. Ein besserer, sicherer Ort. Für Brostata Untersuchung. Im hohen Stil. Hier bei Pipas, Alter. Da war ich neulich mal einkaufen. Die haben wunderschöne Unterwäsche. Echt? Gehst du da hin? Aber es ist nicht eigentlich Frauenunterwäsche? Ach, heutzutage gibt es doch da keine geschlechtlichen Definitionen mehr. Darf doch jeder tragen, was er will. Ach, Phil. Du perverse alter Mann. Hier ist ein Barbershop, Junge. Ich hab hier einen. Der sieht verdammt nervös aus. Ich geh mal näher ran. Entschuldigen Sie. Ah, 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 ah. Die Scheiße lassen wir aber mal schön bleiben. War der abhauen oder was? Klar. Schießen ab. Wie gesagt, ich bin ein richtiger Bulle. Ich bin nicht so ein Cowboy. Wir haben nicht mehr den Wilden Westen. Guck mal, der Typ ist Hispanoamericana. Weißt du, was die mit mir machen? Hier geht doch was. Hier geht doch wieder direkt ein Schuss aus Hass. Ma'am, guten Tag. Oh nein, sie rennt davon. Brandstifter. Fangschuss. Ich hab ne gestohlene Brieftasche. Ich mach ihn dickfett. Hast du ihn wieder erschossen? Was? Nein. Ich hab keinen Mann erschossen. Ich muss nur kurz den Krankenwagen rufen. Du kannst doch nicht einfach Leute erschießen. Fangschuss. Sie wollte wegrennen. Ja, dann schießt man in die Luft oder sprayt ihn ins Rektum. In Pelican Bay. Oh, die. Wir sind aber hier nicht in Pelican Bay. Die röchelt irgendwie so ein bisschen. Das ist Bubble Butt Beach. Und das ist der reiche Gegend. Du weißt, dass Bubble Butt Beach dem Bürgermeister hier besonders am Herzen liegt. Du weißt das, oder? Ich hab der Frau nur den Fuß geschossen. Und die liegt hier und röchelt so und hält sich im Bauch fest. Da sieht man doch schon einfach, was für Simulanten hier rumlaufen. Der Bürgermeister Olli Smekkel Barnes wird dich auf jeden Fall dafür zur Rechenschaft ziehen. So, holst du mich dann ab für deinen Bandstifter, oder? Für meinen Bandstifter? Brandstifter. Für meinen Bandscheibenstifter? Lungerst du da oben rum? Ja, die Frau, da musst du nicht aufpassen. Die ist ein Krüppel. Weißt du, und davon, das werden... Wir zahlen Steuern. Damit deine ganzen... Ja, damit deine ganzen verkrüppelten Leute, die du alles zum Krüppel gemacht hast... Die ist bewusst, dass die Polizei auch von Steuern bezahlt wird. Ja, pfff... Ist doch egal. Meine Frau, die geht arbeiten. Ich hab nicht so eine Schlampe geheiratet wie du. So eine faule, ekelhafte Schlampe, die mit der halben Abteilung gefickt hat. So. Meine kleine Nancy. Tja, ich mag die Erfahrung. Ja, du magst die Erfahrung. Du magst die Erfahrung, wie andere Frauen schmecken. Und Männer. Wie der Schnurrbart von anderen Männern schmeckt. Auf den Lippen deiner Frau. Ja, so einen richtig ordentlichen Schnurri, Alter. Wir einigen uns darauf, dass wir den Brandstifter nicht erschießen, okay? Phil? Was? Nein. Ich werde mich dazu nicht äußern, weil die Antwort da rein... Nein, Phil. Was stören? Wir erschießen den Brandstifter nicht. Ich will befördert werden. Ich mach hier gute, ehrliche Polizeiarbeit. Es wird Zeit, dass nämlich auch mal wieder ehrliche Cops in der Stadt regieren. Aber das verstehst du nicht. Du weißt nicht, wie man die Stadt richtig sauber hält. Ich muss mit dem Chief reden, ja? Das ist deine Weichei-Cop-Methoden, ja? Werden nur noch mehr Schande und Schaden in die Stadt bringen. Ja, die Drogendealer haben doch keine Angst mehr. Die sagen, ha! Dieser komische Phil Pepperman, weißt du, vor dem hat doch keiner mehr Angst. Kommt er mit Pfefferspray, ohlala. Weißt du, bei Mr. Phil Taser, da wissen die genau, wenn der kommt, Alter, BAM! Der schießt mir in den Arsch. Ja, und dann scheiß ich drei Wochen lang durch den Schlauch. So muss das laufen. Dann haben die Angst. Dann sagen die, nee, Leute, ich packe die Drogen nicht an. Wisst ihr, warum? Ich hab keinen Bock, er schlafen zu werden. Ist schon klar, dass die trotzdem Rechte haben, ne? Dir ist schon klar, dass die Rechte haben. Naja, die haben das Recht von mir über den Haufen gelapst zu werden. Nicht über den Gesetz. Du denkst es, aber du tust es nicht. Jetzt ist es krass. Da, da. Noch so ein Parker-Boy-Girl. Was ist denn heute los? Die Stadt ist voller krimineller Frauen hier. Das gibt's doch nicht. Okay. Ma'am. Ma'am. Bitte bleiben Sie ruhig. Mein Kollege hat heute schon zwei Menschen niedergeschossen. Hören Sie auf mit immer, was Sie auch da tun. Hörn Sie auf mit immer, was Sie auch da tun. Hörn Sie auf mit immer, was Sie auch da tun. Und jetzt? Willst du sie abknallen, ha? Müsst du die Frau umbringen? Ich werde erst mal in ihr dummes Gesicht leuchten. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit Gangster und Dolores. Dolores Fernandes. Fernandes. Frau Nandes. Nein, ist es nicht. Wir haben gehört, sie haben Koala angezündet und durch die Scheibe geworfen. Das ist nicht cool. Alter, Crack. Und eine kleine Tüte mit Mull. Was auch immer Mull ist. Mull. Ein kleines Tütchen Mull haben wir bei der Dame gefunden. Ja, daraus werden Mullbinden gemacht. Kennst du das nicht? Mull ist das beste und stabilste Material. Wisst du, wir haben zwei Schichten. Wir sind Supercops. Wenn wir jetzt noch nach Vorschriften arbeiten würden, hätten wir demnächst unsere eigenen Comet-Schuhe. Ich hab... Be fast, be free, be bold. Schau mal hier, Comets. Die will mein... Meine älteste Tochter will immer den Comets. Ladies. Lady Comets? Aber jetzt müssen wir warten, bis hier... Die Abholung kommt. Ansonsten haut die wieder ab und dann kriegen wir keine Punkte. Du kannst sie ans Knie schießen. Ich könnte ihr ins Knie schießen, ja. Wenn du ihr ins Knie schießt, schieße ich ihr ins Knie. Nein, wir dürfen das nicht. Dann ist der Auftrag fehlgeschlagen. Wenn wir sie jetzt unrechtmäßig weiter behandeln. Jetzt hat... Jetzt hat vorher hoffen müssen, dass sie wegrennt. Hör auf. Achtung, da kommen die Kollegen. Ich hab'n Updoppser. Guck mal, da hinten rennt doch einer. Ein schwarzer. Ja, aber wir müssen jetzt die Schicht beenden, Junge. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Peppa Patrol. Wir arbeiten uns hoch. Reingehauen. Tschüss.